Marx in Köln. Marxismus in Bewegung. Ein Gespenst geht um in Köln. Karl Marx, der große Philosoph, Theoretiker des wissenschaftlichen Sozialismus und Verfasser des weltberühmten Werks Das Kapital, ist zurück in Köln. Zu seinem 200. Geburtstag besucht er seine alten Wirkungsstätten. Begleitet wird er dabei von einem bekannten Kölner Publizisten und Investigativjournalisten. Karl Marx hielt sich zweimal in Köln auf. Er organisierte jedes Mal eine neue Zeitung. Gleichzeitig war er aktiv im demokratischen Aufbruch in Deutschland und Europa Mitte des 19. Jahrhunderts und er analysierte dabei den sich durchsetzenden Kapitalismus. 2009 stürzte mitten im rheinischen, gemütlichen Kapitalismus das Gebäude des Kölner Stadtarchivs ein und verschwand im Boden. Urplötzlich hatte sich ein tiefes Loch aufgetan. Zwei Menschen wurden getötet, Häuser stürzten ein. Ein großer Teil der Kölner Geschichte ist verschwunden. Bauunternehmen hatten an einer U-Bahn-Strecke gearbeitet. Das Loch ist immer noch da. Staatsanwälte, Gerichte, Gutachter, Kölner Stadtanzeiger, Bild-Zeitung und WDR sind manchmal eifrig, manchmal lustlos dabei. Aber während eines ganzen Jahrzehnts wurde bis heute kein Verantwortlicher gefunden. Niemand wurde bestraft. Kapitalismus in Köln enthält noch immer you, die junge. Sag mal, habt ihr eigentlich gar nichts gelernt? Ich war doch extra deswegen zweimal in Köln damals. Ja, wir freuen uns ja, dass sie jetzt wieder da sind. Und eigentlich waren sie ja immer da. Und wir haben auch was von ihnen gelernt. Ach ja? Ja, und ich habe zum Beispiel in einer kleinen Kölner Zeitung, in einer digitalen Zeitung, hier etwas über diesen Einsturz geschrieben. Aber was bedeutet digital? Digital, das ist einfach ohne Papier, ganz einfach. Ohne Papier? Das können wir heute. Sie schaffen es heute. Wie drucken Sie denn eine Zeitung ohne Papier? Ja, wir drucken die nicht. Ach gut. Also Papier war damals sehr teuer. Und Sie glauben gar nicht, was die erste Druckmaschine gekostet hat. Aber sagen Sie mal, was haben Sie als Autor denn so geschrieben? Ja, passt auf. Unter der Überschrift, schlanke Verwaltung und dankbare Investoren, habe ich geschrieben, Der Generalunternehmer, Billfinger Berger, ließ ohne Genehmigung hier immer mehr Grundwasser abpumpen. Und dann stürzte natürlich das Stadtarchiv ein. Ja, das sehe ich. Zwei Menschen wurden getötet. Häuser stürzten ein. Aber für Billfinger Berger sprangen dabei 298 Millionen Gewinn heraus. Und dieser Gewinn, der landete bei sogenannten 220 High Net Worth Clients Around the World. So heißt das heute. Ja, das sind die Netto-Wert-Kunden, die den Gewinn bekommen. Ja. Ja, und der Hauptaktionär von Billfinger Berger, der heißt Invesco Limited und hat seinen Sitz in Houston, in Texas. Amerika. Amerika. Das große, schöne Amerika. Und dieser Hauptaktionär wirbt bei seinen Kunden darum, wir helfen euch rund um die Welt, eure finanzielle Sicherheit zu organisieren. Natürlich. Und da habe ich geschrieben, natürlich, das ist die finanzielle Sicherheit rund um die Welt für die vermögenden Kunden. Aber die Sicherheit für die Kölner Menschen, das ist was ganz anderes. Und kein Gewinn wurde zurückgezahlt, niemand wurde bestraft. Also, ich weiß genau, worauf Sie hinaus wollen. Ja, ich kenne das. Das ist doch so, so habe ich das doch auch im Kapital geschrieben, oder? Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Ja, ja, ja. Was haben Sie da? Pass mal auf. Also, mit entsprechendem Profit wird Kapital kühl. 10% sicher und man kann es überall anwenden. 20%? Es wird lebhaft. 50% positiv und waghalsig. Und für 100% stampft man alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß. Und so weiter. So sieht's aus. Ja, ich gucke mir das Ganze hier nochmal an. Ja. Hier in diesem Haus, Schildergasse 99, war der Sitz der Rheinischen Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe. So war der vollständige Titel. Sie wurde 1842 gegründet und war Medium des demokratischen Aufbruchs. Für die Mitarbeit kam Marx im selben Jahr nach Köln. Er war 24 Jahre alt, hatte in Berlin und Bonn Philosophie studiert und wollte jetzt politisch aktiv werden. Es war Marx erster Kölner Aufenthalt. Er dauerte ein Jahr. Dann wurde die Rheinische Zeitung verboten. Also, ich lese Ihnen mal vor, was mein Freund Engels später geschrieben hat, warum Köln so wichtig war. Wir mussten eben nach Köln gehen und nicht nach Berlin. Erstens war Köln das Zentrum der Rheinprovinz, die die französische Revolution durchgemacht hat. Sich im Code de Napoleon moderne Rechtsanschauung bewahrt. Die weitaus bedeutendste große Industrie entwickelt hatte und in jeder Beziehung damals der fortgeschrittene Teil Deutschlands war. Am Rhein hatten wir unbedingte Pressefreiheit. Pressefreiheit, unbedingte Pressefreiheit. Und wir haben sie ausgenutzt. Bis zum letzten Tropfen. Ja, Sie haben das ja alles mitbekommen. In Köln wurde nach französischem Vorbild eine Industrie- und Handelskammer gegründet. Juden wurden aus ihrer feudal-katholischen Verbannung befreit. In Köln finanzierten die Investmentbanken. Die kannten sie ja alle, den Oppenheim und Schafhausen und Herstatt und Stein, die Kölner Industrie und Eisenbahnen bis nach Belgien und aber auch die Industrie im Ruhrgebiet. Ja, einer der Männer, mit denen ich später zusammenarbeitete, war Ludolf Kamphausen. Genau, der Kamphausen, der war der Präsident der Kölner Industrie- und Handelskammer. Er hatte im Juni 1841 schon mit den drei Oppenheim-Bankiers, Dagobert, Simon, Abraham und dem Textilunternehmer Gustav Mewissen eine Aktiengesellschaft, ihre Aktiengesellschaft gegründet, um die Rheinische Zeitung, um ihre Zeitung zu finanzieren. Und die kannten sie ja alle auch. Und auch der Farina von 4711 mit dem Kölnisch Wasser war dabei und der Zuckerfabrikadios und auch noch der Kaufmann Rautenstrauch. Ich habe die beraten und das hat richtig Spaß gemacht. Und die haben das Geld für die Rheinische Zeitung wirklich zusammenbekommen. Guten Tag. Herr Marx, Sie haben mit Bankiers und Fabrikherren eine Aktiengesellschaft gegründet. Wir dachten doch immer, dass Sie den Kapitalismus kritisieren. Aber hallo. Aber die Aktiengesellschaft war demokratischer als der verfilzte Familienbetrieb der Kölnischen Zeitung aus dem Hause Dumont. Bei uns waren Juden und Katholiken und Protestanten und Atheisten alle zusammen. Und Kapitalismus? Warum nicht? Man konnte doch festlegen, dass die Gewinne der Aktiengesellschaft nicht auf die Aktionäre verteilt werden. Naja, das waren gute Leute. Die waren alle gegen den preußischen Feudalismus. Der Mewissen und der Dagobert Oppenheim, die haben ja sogar Artikel für die Rheinische Zeitung geschrieben. Lesen Sie mal, was mein Freund Dagobert damals geschrieben hat. Er war ja nicht nur Aktionär. Er hat ja sogar in der Redaktion mitgearbeitet. Ja, also der Dagobert Oppenheim, der schreibt Ihnen, lieber Marx, schreibt er, lieber Marx. Soeben erhalte ich mit dem besten Danke Ihren Artikel, den ich in aller Eile durchgeblättert habe. Er ist vortrefflich. Nur fürchte ich, dass der hündische Zensor wieder sein Messer anlegen wird. Sie haben gar keine Idee davon, mit welcher unerbittlichen und dabei ungerechtesten Stränge wir zensiert werden. Also, Ihr Oppenheim, wegen dem hündischen Zensor, konnte ich ja nur unter einem Pseudonym schreiben. Ja, manche Artikel von mir konnten gar nicht veröffentlicht werden. Also, da fällt mir gerade ein, der Oppenheim hat mir noch was dazu geschrieben. Ähm, wo war das nochmal? Ah ja, also, der Dumont Verlag, der Kölnischen Zeitung, der war ja mit den Preußen verbandelt. Und verlegte gleichzeitig für das Erzbistum das Domblatt. Und zusätzlich hetzte uns die Kölnische Zeitung den preußischen Zensor auf den Hals. Als ob der uns nicht schon so gejagt hätte. Lesen Sie doch ruhig mal vor. Ja, hier der Dagobert Oppenheim, da hat er vom hündischen Zensor geschrieben. Und dann schrieb er weiter, er ist von den Anhängern der Kölnischen Zeitung. Und anderen Niederträchtigen vollständig gegen uns aufgehetzt. Also, der politische Redakteur der Kölnischen Zeitung, Karl Hermes, war gleichzeitig preußischer Agent. Aber den, den haben wir ja mit unserer Rheinischen Zeitung entlarvt. Apropos, die Kölnische Zeitung, die gibt es ja heute sogar immer noch, wie ich gehört habe. Die nennt sich bloß anders. Eine Sekunde, ich komme sofort drauf. Die nennt sich jetzt heutzutage Kölner Stadtanzeiger. Stimmt das? Ja, das ist richtig. Der Kölner Stadtanzeiger ist der Nachfolger der Kölnischen Zeitung. Und der macht diese Tradition auch ganz bewusst, weil wenn Sie nämlich heute gucken, Titelblatt, Kölner Stadtanzeiger, da steht dann drunter, Kölnische Zeitung. Ja, aber es ist ein bisschen komplizierter natürlich. Ja, da sind jetzt 150 Jahre dazwischen und so. Aber zurück, Sie, Herr Marx, Sie übernahmen ja dann allmählich auch die Leitung der Rheinischen Zeitung. Und gerade Ihre Artikel, die wurden immer, ja, demokratischer, radikaler. Vielen Dank. Und, 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 die Zeitung hatte deswegen ja auch, nicht nur in Köln, sondern in ganz Deutschland viel Erfolg. Die wurde gelesen. Ja, und deswegen wurden wir ja auch im März 1843 verboten. Und stellen Sie sich vor, in der Redaktion der Kölnischen Zeitung, da knallten die Korken. Wissen Sie was? Die waren ja Ihren Konkurrenten schließlich los. Fünf Jahre später kam Marx wieder nach Köln. Man schrieb das Jahr 1848. Wieder war die Stadt ein Zentrum der nun noch stärker aufbrechenden demokratischen Bewegungen in Deutschland und Europa. Hier, Heumarkt 65, war der Sitz der Nachfolgezeitung. Sie hieß Neue Rheinische Zeitung, im Untertitel Organ der Demokratie. Die Zeitung mit Marx als Redakteur en chef bestand ein knappes Jahr. Im Mai 1849 wurde auch sie von der preußischen Regierung verboten. Ja, Herr Marx, Sie hatten ja in der Zwischenzeit, nach Ihrem ersten Kölner Aufenthalt, hatten Sie ja dann in London das kommunistische Manifest verfasst, zusammen mit dem Friedrich Engels. Und naja, das klang ja ziemlich heftig. Also, ich zitiere mich selbst. Unsere Epoche, die Epoche der Bourgeoisie, zeichnet sich dadurch aus, dass die Klassengegensätze vereinfachen wird. Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei große feindliche Lager. In zwei große gegeneinander direkt gegenüberstehende Klassen. Bourgeoisie und Proletariat. Ja, das klingt ja mächtig. Da kann es ja dann losgehen. Aber die demokratische Bewegung hatte sich schnell weiterentwickelt. Deswegen haben Sie ja das hier so geschrieben. Im März 1846, auch hier in Köln, demonstrierten Arbeiter vor dem Kölner Rathaus. Das war dann in Köln die erste große Demonstration für ganz Deutschland. Auch in Köln wurden mehrere Arbeitervereine gegründet. Marx, Sie waren ja nicht nur, was man so weiß, der Redakteur der Rheinischen Zeitung, sondern Sie haben ja auch mitorganisiert. Sie waren Mitglied der demokratischen Gesellschaft. Sie waren Mitglied der Kölner Sektion des Kommunistischen Bundes. Und zeitweise waren Sie ja sogar noch Präsident des Kölner Arbeitervereins. Und in der guten Stube Kölns, im großen Gürzenich-Saal, da versammelten sich 6000, das war damals viel, 6000 Arbeiter und Handwerker. Und im benachbarten Worringen, nördlich von Köln, da versammelten sich 10.000 unter freiem Himmel. Das waren Zeiten. Ja, und da haben Sie dann die Forderungen aus dem Kommunistischen Manifest auch durch die neue Rheinische Zeitung verbreitet. Ja, zum Beispiel Expropriation des Grundeigentums, starke Progressivsteuer, Abschaffung des Erbrechts, Zentralisation des Kredits in den Händen des Staates durch eine Nationalbank, Zentralisation des Transportwesens in den Händen des Staates, öffentliche und unentgeltliche Erziehung aller Kinder. Das wurde begierig aufgenommen. Die neue Rheinische Zeitung kam in ihrem kurzen Leben immerhin auf über 6000 Abonnenten und wurde in ganz Deutschland gelesen. Übrigens auch in Wien. Das war schon sehr gut gegen die Kölnische Zeitung. Die hatte als Organ der preußischen Regierung im selben Jahr 1848 in ganz Deutschland nur eine Auflage, und jetzt passen Sie auf, von 17.400. Ja, diese alteingesessene Zeitung, die schon ganz lange bestand. Ja, aber mit diesen Forderungen, da wurde es jetzt ernst, zeitweise saß die halbe Redaktion, ihre halbe Redaktion der Neuen Rheinischen Zeitung im Gefängnis. Die Redaktionsräume wurden durchsucht, auf sie wurden Spitzel angesetzt. Die ehemaligen Freunde aus dem Bürgertum bekamen es mit der Angst, sie kauften diesmal keine Aktie der Neuen Rheinischen Zeitung. Sie setzten auch ihr eigenes Vermögen und das ihrer Frau ein, um die Neue Rheinische Zeitung zu finanzieren. Und als die Arbeiter in den Straßen Kölns Barrikaden errichteten, verhängte die preußische Regierung den Belagerungszustand. Kurzzeitig wurde die Neue Rheinische Zeitung verboten. Und da freute sich die Kölnische Zeitung. Herr Marx, wollen Sie das mal vorlesen, was die Kölnische Zeitung da über Sie geschrieben hat? Wie geht dieses Stinkzeug? Hä? Okay, wenn es der Aufklärung dient, dann mache ich das wohl. Wirklich? Ja, Kölnische Zeitung. Die haben das so geschrieben. Wer früher Belagerungszustand hörte, pflegte sich darunter etwas unerhört Schreckliches vorzustellen. Aber wir finden ihn ziemlich harmlos und ganz leidlich erträglich. Ja, ich glaube, behaupten zu dürfen, dass ein großer Teil der Einwohner Kölns sich unter ihm immer noch behaglicher als unter dem Terrorismus der vorangegangenen Tage fühlt. Behaglicher Belagerungszustand? Unglaublich! Ja, unglaublich, was da diese Kölnische Zeitung sich leistet. Aber das Verbot der Rheinischen Zeitung war noch nicht endgültig. Nach einiger Zeit durfte sie wieder für ein paar Wochen erscheinen. Und da brachten sie dann zu diesem Belagerungszustand ein langes Gedicht von dem Redaktionsmitglied Georg Werth. Von Bayonetten starrte die Stadt. Wir glauben sie dreist an das Vaterlands Genesung, solange noch die Kölnische Zeitung sprießt. Aus der allgemeinen Verwesung, Verwesungsgerüchig noch manches Jahr wird sie duften vom Pol zum Äquator. Der Brite Coltridge roch zu Köln an die 70 verschiedene Gerüche. Darunter gewiss auch den Gestank aus Josef Dumonts politischer Küche. Hier, auf dem Wallraffplatz, neben dem WDR, wie auf anderen zentralen Plätzen und Straßen in Köln, hatten die Arbeiter in ihrer Verzweiflung Barrikaden aufgebaut. Die Forderungen der Neuen Rheinischen Zeitung und der Arbeitervereine wurden endgültig abgelehnt. Das Bürgertum hatte sich abgewandt. Marx musste nun die Oppenheims und Kamphausens kritisieren. Die standen jetzt auf der anderen Seite. Also das musste ich in der Neuen Rheinischen Zeitung ungefähr so zusammenfassen. Es sind die Finanzbarone, großen Staatsgläubiger, Bankiers, Rentiers, deren Reichtum in demselben Maße wächst wie die Volksarmut. Und diese Leute, deren Geschäft auf die alten Staatszustände angelegt ist. Zum Beispiel Dumont und sein literarisches Lumpenproletariat. Es sind ehrfürchtige Professoren, Advokaten und dergleichen Leute, die bloß in einem Staate, wo es ein einträgliches Geschäft ist, das Volk an die Regierung zu verraten, ansehliche Posten erhaschen zu können. Ja, die Lage war hoffnungslos für die Neue Rheinische Zeitung, für die demokratische Bewegung im Rheinland, in Köln, für den Kölner Arbeiterverein. Die preußische Regierung mobilisierte ihr Militär und brachte Geschütze in Stellung. Manche Arbeiter wollten aber bewaffnet vorgehen, hier auf diesem Platz. Aber die Neue Rheinische Zeitung, sie haben Artikel geschrieben, sie haben gewarnt vor putschistischen Aktionen. Wir warnen euch schließlich vor jedem Putsch in Köln. Nach der militarischen Lage Kölns wäret ihr rettungslos verloren. Ihr habt in Elberfeld gesehen, wie die Bourgeoisie die Arbeiter ins Feuer schickt und sie hinterher aufs niederträchtigste verrät. Der Belagerungszustand würde die ganze Rheinprovinz demoralisieren. Und der Belagerungszustand wäre die notwendige Folge jeder Erhebung von eurer Seite in diesem Augenblicke. Die Preußen werden an eurer Seite und eurer Ruhe vor allen Dingen verzweifeln. Die Redakteure der Neuen Rheinischen Zeitung danken euch beim Abschied für die ihnen bewiesene Teilnahme. Ihr letztes Wort wird überall und immer sein. Emanzipation der arbeitenden Klasse. Da stürzte also nicht der Kapitalismus ein. Im Gegenteil. Er festigte sich im Bunde mit dem alten protestantischen Preußen und der noch älteren katholischen Kirche und den neuen Bankiers und den reich gewordenen Industriellen. Die Neue Rheinische Zeitung blieb verboten. Marx und Genossen mussten fliehen. Einem Teil von ihnen wurde ein paar Jahre später in Köln der große Kommunistenprozess gemacht. Herr Marx, wir sehen uns wieder, aber zum Abschied. Sie sind so begeistert nach Köln gekommen mit dem kommunistischen Manifest unter dem Arm, das sie in London verfasst haben. Und da haben sie so begeistert, selbstbewusst geschrieben, unsere Epoche und so weiter, die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei große feindliche Lager, in zwei große, direkt sich gegenüberstehende Klassen, Bourgeoisie und Proletariat. Aber dann war es in Köln dann doch anders. Die Bauern waren viel zahlreicher als die Arbeiter. Es gab viel mehr Handwerker als Fabrikarbeiter. Die Großgrundbesitzer waren noch da. Die Kirche war noch da. Der preußische Feudalismus war noch stark. Und die Bank Oppenheim hat dann doch mit den Preußen zusammen dann auch noch den Aufbau des Kölner Doms finanziert. In ganz Europa hat es damals gegärt. Naja, der Kapitalismus hatte schon früh seine hässliche Fratze gezeigt. Kinder wurden zu Tode geschuftet. Mehrere Arbeiter, viele Arbeiter hatten sich zusammengeschlossen. Anfangs waren sogar Bürgerliche dabei. Ja, wir konnten hoffen. Es musste ja ein Weg aus der Misere gefunden werden. Eine Vision. Macht es gut. Danke. Eine Vision. Die zwei Aufenthalte von Karl Marx in Köln waren nur kurz. Sie dauerten jeweils ein Jahr. Aber sie waren ungemein intensiv. Die engste Verbindung von Organisieren, Publizieren, Analysieren. In enger Zusammenarbeit mit Genossen in Redaktion und Arbeiterverein. Und alles in schnellster Abfolge. So kollektiv und zugespitzt ging es für Marx dann weder in Paris, Brüssel noch in London zu. Nach den aufschlussreichen Niederlagen untersuchten Marx und Engels den Kapitalismus genauer als im begeistert und schnell hingeworfenen kommunistischen Manifest. Dabei kam unter anderem das Kapital heraus. Seine Analysen und Ergebnisse sind nach wie vor aktuell, drängender denn je. Aufsfassungsgeräte. Und dann geht's. Aufsfassungsgeräte. 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 Aufsfassungsgeräte.